Guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast, zu einer weiteren Video-Episode, ja die zweite und ich bin immer noch sehr, sehr, sehr gespannt, wie das so ankommt, also wenn ihr mir noch kein Feedback dagelassen habt, dann lasst es mir gerne da und ich habe tatsächlich, ich hoffe das funktioniert, weil ich nehme das jetzt auf, wo ich die erste Episode noch nicht released habe, ich hoffe das funktioniert, ansonsten nehmt mir alles zurück, was ich dann gesagt habe. Ich glaube, ihr habt jetzt gesehen, dass man auch auf Spotify oder ich habe rausgefunden, wie man auch auf Spotify Videos posten kann und ich glaube, ihr werdet das jetzt so machen, deswegen in der letzten Episode habe ich gesagt, für alle, die auf YouTube schauen, die sehen es und die anderen nicht, wenn das funktioniert hat, dann seht ihr es auch auf Spotify und das ist großartig, ja ich finde das echt geil. Von dem her, taugt mir das und ihr werdet das auf jeden Fall so beibehalten, ja ihr werdet das auf jeden Fall so beibehalten. Yes, willkommen, willkommen bei einer weiteren Episode und heute soll es um ein anderes oder weiteres Mindset-Thema gehen, wo ich sicher auch schon in einigen Podcasts ein bisschen drüber geredet habe, aber wo ich einfach noch ein bisschen genauer vielleicht drauf eingehen möchte oder ein paar mehr Worte dazu verlieren möchte. Und das ist eine der entscheidenden Fragen, die dich im Leben weiterbringen kann, ja und die dich auf ein neues Level bringen kann, das du sonst wahrscheinlich nie erreicht hättest, weil du zu viel Angst gehabt hättest, gewisse Schritte zu machen. Und ich glaube, die Angst vor Failure, die Angst vor Verlust, die Angst vor Rejection sind sehr, sehr große Treiber, wenn es darum geht, dass Leute ihren Zielen nicht nachgehen, dass sie Angst davor haben, abgelehnt zu werden vor Personen XY, von verschiedenen Personen, dass sie Angst haben, etwas zu verlieren, ja. Dass sie Angst haben, das ist genau das Thema heute, dass sie Angst haben, irgendwas zu tun, was einen schlimmen Outcome hat, quote on quote. Das Problem ist aber, dass die Leute sich so ein Konstrukt im Kopf bauen, das niemals eintreten müsste. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt, es gibt so, das Problem ist, dass das Mentale, ja, dass die, diese Dinge, die du dir im Kopf vielleicht ausmeist, was alles passieren könnte und was, was, was alles Schlimmes passieren könnte und was passiert, wenn du failst und was passiert, wenn du rejected wirst und so weiter. Dass diese limitierenden Gedanken, oder besser gesagt, diese Gedanken, ja, die niemals Realität werden müssen, ja, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass die alleine schon die Limitation darstellen, den Schritt gar nicht erst zu gehen. Und das ist ein Problem, weil so haben sehr viele Leute da draußen oder jeder da draußen hat Träume, aber nur sehr wenige gehen diesen Träumen nach, weil genau diese Gedanken sie zurückhalten, weil sie Angst haben. Und in den Momenten ist, gibt es eine Frage, die man sich stellen muss und zwar, die man sich wirklich, wirklich deeply stellen muss. Was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren und was habe ich zu gewinnen? Das Ding ist, dass in sehr, sehr vielen Fällen der Verlust, der zustande kommen könnte, sehr gering ist, um ehrlich zu sein. Sehr gering, weil wenn du dir mal wirklich objektiv Gedanken dazu machst, was im schlimmsten Fall passieren könnte, wenn du jetzt zum Beispiel versuchst, ein Business aufzubauen oder wenn du jetzt zum Beispiel an einen anderen Ort ziehst oder wenn du zum Beispiel ins Gym gehst und keinen Scheiß darauf gibst, was andere denken. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du es dir wirklich, wirklich ausmalst? Und in den meisten Fällen, sich allein diese Frage wirklich ehrlich zu stellen und mal vielleicht sogar niederzuschreiben, was einem in den Sinn kommt, zeigt den meisten Leuten auf, dass das, was wirklich passieren kann, in the worst case, super easy ist. Beziehungsweise halb so schlimm. Und das ist ja nur der worst case. Also selbst der worst case wird gar nicht so schlimm sein. Es kann aber auch ein best case geben. Es kann, ich sag jetzt mal, ein standard case geben. Es muss ja nicht das Schlimmste passieren, was man sich ausmalt, sondern es kann ja genau in die andere Richtung gehen. Es kann sein, dass du versuchst, ein Business aufzubauen und eine Idee hast, die gläglich scheitert. Das kann passieren. Es kann passieren, dass da nichts draus wird. So, okay. Was habe ich verloren? Ihr habt vielleicht ein bisschen Zeit verloren. Ihr habt vielleicht ein bisschen Geld verloren, wenn ihr was investiert habt in Marketing, in Aufbau von irgendwas. Aber was habe ich sonst verloren? Und was habe ich daraus gewonnen? Ihr habt daraus gewonnen, Erfahrung. Und zwar Erfahrung, die mir für weitere Future Projects und für mein Leben sehr viel geben kann. Was gibt es mir sonst noch, was ich mitnehmen kann? Aber es gibt mir den, es zeigt mir auf, ja, diese Niederlage ist eigentlich ein Gewinn, weil sie zeigt mir auf, was nicht funktioniert hat. Und je mehr ich herausfinde, was nicht funktioniert, desto eher finde ich, was was funktioniert. Und ich glaube, wenn man da einfach den Blickwinkel ein bisschen adaptiert, ja, oder den Blickwinkel ein bisschen anders aufgleist, dann kann man aus sehr, sehr vielen Failures extrem viel mitnehmen und das in was Positives verwandeln. Und wenn wir jetzt wieder zu dem Beispiel zurückgehen, zum Aufbau eines Business, ja, sag mal, okay, deine Idee scheitert kläglich. Passt. Gut. War nix. Ich mach weiter. So. Ich geh zum nächsten Projekt. Das Ding ist, wenn du, in dem Moment kann es vielleicht wehtun. In dem Moment denkst du dir, oh shit, das ist jetzt Arsch gewesen. So, ja, das hat nicht funktioniert. Fuck, ich hab jetzt meine 500.000 Euro verloren. Sicher nicht so geil, ja, ist jetzt nicht so gut. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du in ein paar Monaten zurückschaust und vielleicht eine neue Idee, eine neue Idee, ich sag mal, hinterher gehst, ja, und da vielleicht sogar schon ein bisschen was rausbekommen hast, ja, und vielleicht schon ein paar Leute damit erreicht hast, vielleicht sogar schon ein bisschen Geld damit verdient hast, je nachdem, ja, dann wirst du gar nicht mehr an diese Failure denken. Du wirst nur die Soundbites in deinem Kopf behalten, wenn du entsprechend deine Gedanken sortierst und richtig nutzt, wirst du nur im Hinterkopf haben, ah, warte mal, das hat letztes Mal nicht funktioniert, lass mich das mal so und so probieren. Das sind nur Learnings für dich, dass du deinen Weg nachher besser gehen kannst. Und deswegen ist es in so, 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 so vielen Fällen der Fall, perfekt, dass du so viel weniger zu verlieren hast, als du eigentlich gewinnen kannst. Das, was du zu verlieren hast, ist in den meisten Fällen super, super wenig. Und das Problem ist, dass die Leute sich eben nur fragen, was sie im schlimmsten Fall zu verlieren hätten. Sie fragen sich aber nicht auch, was könnte ich gewinnen, ja. Sie fragen sich nicht auch, ist es wirklich so schlimm, wenn ich da was verliere, beziehungsweise wenn das fehlt, ist es wirklich so schlimm, wie ich mir das vorstelle. Ist es in den meisten Fällen nicht. Viele Leute haben mir die Frage gestellt, ob ich mit dem Schritt nach Wien sicher bin, ja, ob ich diese Auswanderung wirklich machen will, so. Und dann habe ich auch gesagt, was habe ich denn zu verlieren? Und es kann super funktionieren, ich kann da aufgehen, ja, im besten Gym der Welt trainieren und mir bestenfalls ein Business aufbauen, von dem ich irgendwann leben kann. Und im schlimmsten Fall verliere ich ein bisschen Geld, ja, habe ein paar Umstände mit Umzug und so, aber komme wieder zurück. Was will mir denn sonst passieren, ja? Ich werde ja nicht mit einer Waffe verfolgt, so, ja. Ich werde ja nicht ins Gefängnis kommen, wenn ich sowas mache. Die Konsequenzen, die sich auf sehr vielen Dingen ergeben, die wir angehen wollen, aber es nicht tun, weil wir uns im Kopf schon limitieren, weil wir Angst davor haben, was passieren könnte, sind sehr gering. Sehr viele Konsequenzen sind echt gering. Und deswegen, wenn du dir schon öfter Gedanken darüber gemacht hast, ob du diesen einen Schritt gehen sollst, ja, ja. Was soll denn passieren, ja? Wenn du seit Monaten so eine Idee im Kopf hast und einfach sagst, na, das kann ja nicht funktionieren, ja. Da haben ja schon fünf andere Leute sowas auch schon probiert, ja. Oder zehn andere Leute machen das auch schon. Es gibt schon hunderttausend Coaches, ja, die auch schon coachen. Warum sollte ich jetzt noch coachen? Weil du bist, ja. Und jeder hier hat es verdient, Fortschritt zu machen, glücklich zu sein und sich was aufzubauen, ja. Und in der heutigen Zeit können wir uns so gut was aufbauen. Ich glaube, es gab noch keine Zeit, in der wir so viele Möglichkeiten haben, aus nichts ein Business aufzubauen. Früher hätte das nicht so einfach funktioniert. Ich muss mich entschuldigen, ich bin noch ein bisschen erkältet, ja. So, ich hoffe sehr, ihr enjoyed den Podcast bisher. Ich möchte diese kurze Unterbrechung nutzen, um Werbung in eigener Sache zu machen und euch auf unseren Online-Coaching-Service aufmerksam zu machen. Das Team Get Better bietet euch eine umfassende Betreuung, ja, in Bereichen Training, Ernährung, Mindset. Und wir stellen sicher, dass ihr euer vollständiges Potenzial entfaltet und besser werdet, als ihr es euch jemals hätte vorstellen können, to be honest. Konstanter Support und konstante Kommunikation, stetige Analyse und Adaption von jeglichen Variablen. Der ganze Service basiert darauf, dich bestmöglich weiterzubringen und dein Ziel näherzubringen und dich so individuell wie möglich zu betreuen. Ob Lifestyle-Improvements oder Wettkampfambitionen, wir bringen dich voran, ja. No matter the goal, melde dich jetzt über den Link in den Shownotes und werde Teil von Get Better. Vielen lieben Dank und weiterhin viel Spaß beim Podcast. Früher hätte das nicht so einfach funktioniert. Ja, damit du ein Business aufbauen hast können, ja, hast du sehr viel, ich sage jetzt einmal, Investment betreiben müssen, damit du überhaupt erstmal die Materialien oder die Maschinen oder whatever hast, damit du überhaupt eine Fabrik gründen kannst, die irgendwas herstellt oder was weiß ich, ist ja wurscht, ja. Das ist jetzt ja irgendein plakatives Beispiel. Heutzutage, alles was du brauchst, ist gefühlt Internet, so. Es ist halt literally so und wir haben so viele Free Softwares für das, was wir machen können, ja. Das ist crazy. Es ist crazy, was für ein Angebot wir da draußen haben, ja. Und ich bin jetzt ein bisschen in diese Business-Schiene abgerutscht, aber das kann ja auf alles andere auch angewendet werden. Was hast du denn zu verlieren, wenn du in deinem Gym zum Beispiel komplett limitiert wirst und einfach dein Gym wechselst? Ja, was hast du zu verlieren? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ja gut, du musst wieder zurück, aber wenn du es gar nicht erst probierst, bleibst du eh da, so, ja. Ja, es ist literally das, was passieren kann, das, was die Leute limitieren, ist die Komfortzone. Weil das, auch wenn es dir gerade da, ohne Scheiß, das ist ja das Witzige am Verhalten des Menschen so, es kann dir noch so geschissen gehen mit dem, was du gerade machst. Es ist trotzdem deine Komfortzone, es ist deine Software, die immer und immer und immer und immer wieder abläuft. Es ist das, was du kennst. Und das Unbekannte ist uncomfortable. Und die Leute gehen lieber einem Job nach, den sie hassen, um diesen Discomfort zu vermeiden. Und das ist eigentlich crazy, weil sie fühlen sich dabei nicht wohl, sie machen das nicht gerne, aber sie machen es nicht genug nicht gerne, um was zu ändern. Und genau da gilt es einfach anzusetzen, ja. Weil, wenn du dich konstant gegen deine Träume entscheidest, wenn du dich konstant gegen etwas entscheidest, wo du vielleicht was verlieren kannst, verlierst du konstant. Du verlierst konstant. Wir müssen uns mal die Gedanken machen, was wir verlieren, wenn wir es nicht probieren. Weil wenn wir in 20 Jahren irgendwo stehen, irgendwo sitzen, irgendwas machen, ja, und dann drauf kommen, hätte ich doch mal, boah, diese Person willst du nicht sein. Diese Person willst du nicht sein. Du willst doch zurückblicken und sagen, boah, ich habe es probiert, und entweder es hat funktioniert, oder es hat halt nicht funktioniert. Und dann habe ich was anderes probiert. Es hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich nochmal was anderes probiert. Es hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich was probiert, es hat funktioniert. Und jetzt bin ich hier und bin glücklich. Und bin froh, dass mich das dahin geleitet hat. Ich glaube, dass sehr, 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 sehr vieles in unserem Leben aus einem Grund passiert. Und ich glaube, damit wir vorankommen, müssen wir genau diese Failures, diese Rejections, müssen wir erleben, um schlussendlich dahin zu kommen, wo wir hinkommen sollen. Und am Ende des Tages ist es wirklich so, dass wenn du keinen Schritt vorwärts machst, dann verlierst du zwar vielleicht nichts in dieser Hinsicht, weil du nichts probiert hast. Was du aber verlierst, ist, dass du es gar nicht erst probiert hast. Und wenn man nach Jahren merkt, dass ein Verlust da ist, der eigentlich gar nicht da war, weil man nichts zu verlieren hatte, aber nichts gewonnen hat in der Zeit. Wenn du konstant am selben Punkt bist, hast du zwar nichts verloren, du hast aber gar nichts gewonnen. Und wenn du nichts gewinnst und nichts verlierst, dann bist du an einem Punkt, der nennt sich Stillstand. Und wenn du in deinem Leben stillstehen willst, dann macht es. Aber die meisten da draußen wollen nicht stillstehen. Die meisten da draußen wollen Progression in ihrem Leben. Und für Progression musst du das Risiko eingehen, was verlieren zu können, damit du überhaupt was gewinnen kannst. Und das ist ein ganz, 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 ganz essentieller Punkt. Wenn du also das nächste Mal an so einem Punkt stehst, wo du, ich sag jetzt mal, denkst, boah, ich kann das nicht machen, ja, ihr habt zu viel zu verlieren. Dann frag dich wirklich, was hast du zu verlieren. Und selbst, selbst, wenn du was zu verlieren hast, was dir wirklich viel bedeutet, ja, dann sei dir bewusst, dass es schon wunderschön ist, dass du überhaupt was hast, was du verlieren kannst. Weil das Problem von dieser Angst, von dieser Verlustangst ist, dass man Angst hat davor, was zu verlieren, was einem jetzt gerade etwas bedeutet und was einem jetzt gerade Comfort gibt oder der Safe Space ist. Und wenn du mal Leute fragst, die Risiken eingehen oder die einfach Dinge machen, ohne großartig nachzudenken, wenn du die fragst, warum die das einfach machen können, ist meist die Antwort, ich habe eh nichts zu verlieren. Je tiefer du bist beispielsweise, also ich war auch an Punkten in meinem Leben, da war es sehr dunkel und da hatte ich nichts zu verlieren. Und das Witzigste, und das habe ich letztens für mich reflektiert und auch mit ein, zwei Leuten darüber geredet, das Witzigste an der Sache ist, ich habe jetzt so viel mehr, aber ich hatte damals viel weniger Angst, als ich es jetzt hatte. Und das bedeutet für mich, dass ich etwas habe, was mir Propose gibt, was der Bestimmung in meinem Leben ist, was mir sehr, sehr viel wert ist. Und das ist etwas Wunderschönes. Aber am Ende des Tages wird es immer Lösungen geben, selbst wenn das, was ich jetzt liebe und was ich jetzt gerne habe, selbst wenn das verloren geht, werde ich etwas anderes gewinnen. Und da muss man einfach dem Leben ein bisschen vertrauen, das Schlimmste irgendwo durch kind of akzeptieren, davon ausgehen, dass es nicht so sein muss, sondern dass eben diese Perspektive größer ist und dass man sich auch bewusst macht, dass es so viel zu gewinnen gibt da draußen und eben nicht nur zu verlieren, sondern viel mehr zu gewinnen, als zu verlieren. Ja, schon allein, wenn man diesen Mindset-Schiff macht und einfach akzeptiert, dass man auch mal was verlieren kann und wahrscheinlich was verlieren muss, um überhaupt voranzukommen, dann gibt einem das, ich sage jetzt mal, dann öffnet einem das die Barriere, den Schritt vorwärts zu machen. Und den Schritt vorwärts zu machen, liegt immer bei einem selbst. Und einen Schritt vorwärts zu machen, ist immer mehr wert, als auf der Stelle zu treten. Immer. Selbst wenn man dann zwei Schritte zurück machen muss, wenn man immer wieder einen vorwärts geht, wird man am Ende des Tages viel weiter kommen, als die Person, die einfach nur still steht. Und Progression ist niemals linear. Niemals. Und das habe ich schon in jeglichen von meinen Podcasts gesagt. Ja. Gut. Ich glaube, das war's von dieser Episode. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier was mitgeben. Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bitte lasst mir gerne ein Rating da. Shared das Ganze in euren Storys. Würde mich natürlich auch immer extrem freuen. Ja. Und mein Schlusswort ist wirklich, vertrau dem Leben. Vertrau dem Leben und vertrau dir. Hab Vertrauen in dich selbst, dass du Entscheidungen triffst, die dich weiterbringen können, auch wenn du mal verlierst. Weil im Endeffekt, wenn du immer wieder Entscheidungen triffst und immer wieder verlierst, wirst du irgendwann gewinnen. Und dann wird sich das alles auszahlen. Jeder Struggle. Zu 100%. Da bin ich überzeugt von. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.